Moin! Willkommen am Haltepunkt Kupfermühle. Dieser Haltepunkt liegt an der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck, zwischen den Bahnhöfen Berg der Heide und Bad Oldesloe. Hier fährt gerade eine Regionalbahn RB 81 nach Bad Oldesloe ab. Die beiden Außenbahnsteige sind direkt von der Straße in De Butz zugänglich. Sie kreuzt hier die Bahnstrecke. Zwei Regionalexpress-Züge der Linie RE 8. Die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck-Lübeck-Lübeck-Lübeck-Lübeck-Lübeck-Lübeck-Lübeck-Lübeck. Alle Teilexpress-Züge der Linie Berestand ziehen das pas noch Sono Ere Panense. Untertitelung des ZDF, 2020 Der RE 8 fährt ohne Halk bis Hamburg Hauptbahnhof. Wenige Minuten später folgt die Regionalbahn in Richtung Hamburg. Fahrgäste können in Bad Oldesloe zur RB 81 umsteigen und so die Zwischenbahnhöfe erreichen. Die Re 8 fährt ohne Halk bis Hamburg. Aus der Linie RE 80. Sie halten zusätzlich ein Ahrensburg. Insgesamt ergibt sich so ein Halbstundentakt zwischen Hamburg und Lübeck. Am Zugang zum Bahnsteig in Richtung Hamburg gibt es keinen Fahrkartenautomaten, nur einen Zigarettenautomaten. Zwischen den vielen Personenzügen fährt gelegentlich auch der eine oder andere Güterzug. Die Re 8 fährt ohne Halk bis Hamburg. Die Re 9 fährt ohne Halk bis Hamburg. Die Re 9 fährt ohne Halk bis Hamburg. 2022 hatten die Bahnsteige hier nur kurze gepflasterte Abschnitte. Die hinteren Abschnitte waren mit Gras bedeckt. Im Zuge des Ausbaus der Strecke für die S-Bahn S4 wird sich das voraussichtlich ändern. Die Bahnsteige sollen dann auch erhöht werden, denn es sollen später statt der Doppelstockzüge S-Bahn-Triebwagen der Baureihe 490 hier halten. An diesem Tag gab es viele Flugzeuge zu beobachten. Im Hintergrund verläuft die Autobahn A 21. Sehen wir uns noch einmal auf den Bahnsteigen um. Hier der Blick in Richtung Lübeck und hier in Richtung Hamburg. Hier der Blick in Richtung Lübeck und hier in Richtung Lübeck und hier in Richtung Lübeck. Die Bahnsteige sind haltet, bis dann knapp in Richtung Lübeck zu bauen und hier her Rollen face ihn nur urspríp機. Wie schauen wir uns immer durch die Gerichte nach ganz Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hinter den Glaskontainern steht der Fahrkartenautomat am Zugang zum Bahnsteig in Richtung Lübeck. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier hatte ich gerade die Aufnahme angehalten. Da wurde die Ampel sofort wieder gelb und der Bahnübergang wurde für den nächsten Zug geschlossen. Schranken mit Behank und E-Loks der Baureihe 112. Noch ist das hier Alltag, aber vermutlich wird es sich bald ändern. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal!